Andreas, könntest du das für uns mal auftröseln und erläutern, was das bedeutet? Naja, also entscheidend ist ja erst einmal, dass die Welt verschuldet ist. Es geht hier um eine Weltverschuldung. Und wenn die Welt verschuldet ist, dann frage ich mich natürlich, bei wem? Bei Außerirdischen oder wo sind eigentlich die Gläubiger, wenn es auch Schuldner gibt? Und dazu ist es wichtig zu wissen, wie das mit dem Geldsystem funktioniert. Wir kennen ja in der Natur zum Beispiel gar keine Schulden. Wir kennen keine Minuskartoffeln, keine Minusäpfel, kennen wir alles nicht. Wir kennen nur ein Guthaben und aus dem kann man arbeiten. Und wenn das Guthaben alle ist, dann ist eben nichts mehr da. So einfach ist das. In der Finanzwelt gibt es eben halt auch Minus. Und dieses Minus in der Physik übersetzt, das ist mal mein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben einen Raum, da sind fünf Menschen drin. Und jetzt gehen acht raus. Dann müssen drei wieder reinkommen, dass der Raum leer ist. Das verursacht bei uns natürlich einen Knoten im Kopf, weil es absurd ist. Aber das Geldsystem arbeitet genau damit. Entscheidend ist, wenn irgendeiner Schulden macht, und es geht um die Weltverschuldung, muss es ja irgendjemanden geben, bei dem die Schulden aufgenommen wurden. Das hat also zwei Seiten der Medaille. Wir haben also nicht nur ein Schuldenproblem, sondern wir haben auf der anderen Seite ein Reichtumsproblem. Denn diese Schulden werden gemacht bei Gläubigern, die auf der anderen Seite sind, die nämlich jetzt diese Forderungen haben. Das heißt, wir könnten zum Beispiel über ein Forderungsproblem einiger weniger Menschen, die wir finden in den Kapitalsammelbecken, Goldman Sachs, BlackRock und so weiter und so fort, über die letztendlich die Schulden aufgenommen werden, nämlich in Form von Kapitalanlegern. Und dann wird das über Zentralbanken und so weiter gemacht in einem sehr komplexen Vorgang. Und so werden die Schulden immer weiter aufgebaut. Das bedeutet, wir müssen anfangen, uns die Frage zu stellen, wie kann man eigentlich dieses Problem lösen? Wenn es heißt, eine Weltverschuldung hat zum Beispiel Deutschland Schulden bei Italien, nee, hat Italien Schulden bei Deutschland, wenn die das hätten, könnte man die Schulden ja gegeneinander aufrechnen, wären die Schulden ja irgendwann null. Aber wir haben genau hier dieses große Problem, die Welt wird immer mehr verschuldet, das heißt, die Menschen werden immer mehr verschuldet zugunsten einer immer kleiner werdenden oligarchischen Gruppe, die als Gläubiger fungieren. Und da sind wir dann in diesen großen Kapitalsammelbecken, woraus sich denn die NGOs speisen, woraus sich dann eine WHO speist oder auch ein IWF oder eine Weltbank oder eine Europäische Union, die EU. Das sind ja diese NGOs, die dahinter stehen. Das Problem wäre also relativ leicht zu lösen. Ja, aber was bedeutet das für uns jetzt in der Konsequenz? Das bedeutet für uns, dass wir uns dringend mit der Thematik überhaupt des Geldsystems und damit auch der Umverteilung der Werte auseinandersetzen. Es geht natürlich nicht nur um Geld, es geht um Werte. Und wenn nämlich einer die Ansprüche auf das Geld hat, dann möchte er natürlich auch als Gläubiger, wenn er Geld rausgibt, dann glaubt er ja, das Geld zurückzubekommen, aber dann sagt er, ich möchte gerne ein paar Sicherheiten haben. Wenn ich einen Kredit aufnehme, dann muss ich als Sicherheit zum Beispiel ein Grundstück geben oder mein Gehalt notfalls pfänden lassen, worauf man zugreifen kann, wenn ich meine Schulden nicht mehr bediene. Das ist letztendlich der Punkt. Und es muss verstanden werden, dass wenn der Staat Schulden macht, auch eine Sicherheit gegeben wird. Und das sind die Bürger und ihre Steuerzahlungen. Und diese Steuerzahlungen der Bürger entstehen durch die Arbeitskraft. Mit anderen Worten, die Arbeitskraft ist die Bürgschaft für die Staatsschulden. Und sowas nannte man früher Versklavung. Ja, und ganz zum Schluss dieses wirklich langen und dankenswerterweise von Thomas Röper übersetzten Artikels. Da heißt es, da versucht die Journalistin ihm nochmal ein bisschen Dampf zu machen und sagt, letzte Woche hat der stellvertretende russische Premierminister Alexander Nowak angekündigt, dass eine schnelle Beseitigung der regulatorischen Hürden vor dem Start von Nord Stream 2 zumindest kurzfristig die Gaskrise in Europa lindern könnte. Bitte sagen Sie mir, Herr Putin, ob Sie von Europa Signale erhalten haben, dass es den Prozess der Beseitigung administrativer Hindernisse beschleunigen kann, damit Nord Stream 2 so bald wie möglich in Betrieb gehen kann. Und Putin antwortet, nein, Ausrufezeichen, im Gegenteil. Wir sehen, dass die administrativen Hindernisse nicht beseitigt werden. Es gibt verschiedene Probleme im Zusammenhang mit dem dritten Energiepaket in Europa, das auch Nord Stream 2 regelt. Hier gibt es eine Reihe von Details, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Es gibt sie, diese administrativen Hindernisse. Sie sind noch nicht überwunden, sie sind noch nicht beseitigt. Ich weiß, dass der Betreiber von Nord Stream 2 im Gespräch ist, auch mit den deutschen Behörden. Die deutsche Regulierungsbehörde muss die entsprechende Entscheidung treffen, was sie bisher nicht getan hat. Ja, klare Worte. Und genau so kann man das auch erkennen, dass hier offenbar die Politik tatsächlich verachtend gegenüber ihren eigenen Menschen in Europa sagt, es ist uns völlig egal, die politische Tiktaktiererei im Interesse bestimmter Gruppierungen, die darüber stehen in der Macht, die sind uns wichtiger als die Versorgung der Menschen, dass sie im Winter alleine nur einen warmen Raum haben. Also wenn Europa frieren sollte und die Verantwortung irgendwann bei Deutschland festgemacht wird, weil die die administrativen Hürden nicht überwinden konnten, ist es schon gerade wieder nicht gut. Nein, passt aber ins Bild. Ja, und dann in dem Lichte betrachtet, sieht man dann die Meldung, die T-Online veröffentlicht hat, auch ganz anders, da heißt es in der Überschrift, EU warnt vor steigender Energiearmut. Die Energiepreise steigen, Millionen Europäer können es sich womöglich nicht mehr leisten, ihre Wohnung richtig zu heizen und diese Zahl könnte sich noch steigern, warnt der EU-Arbeitskommissar Nikolaus Schmidt. Es gäbe bereits Millionen Menschen, die unter Energiearmut litten und er sagt, die könnte eben noch größer werden. Zwar könne die EU-Kommission den EU-Ländern helfen, die Auswirkungen der derzeit hohen Energiepreise für die Menschen zu begrenzen, aber, das ist jetzt wirklich lustig, wenn es nicht so traurig wäre, es sei primär Sache der nationalen Regierungen, Maßnahmen zu ergreifen. Da sind die nationalen Regierungen dann wieder gefragt. Ja klar, auch das passt natürlich dazu. Es führt in die völlige Verwirrung auf der einen Seite EU, auf der anderen Seite eben die Nation, gerade so wie man es sich wünscht. Also ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist das Pipi-Langstrumpf-Prinzip. Ja und jetzt kommt noch zum Schluss eine Meldung. Der IWF warnt, weltweite Staatsverschuldung erreicht ein Rekordhoch von über 88 Billionen US-Dollar. Mal abgesehen davon, dass diese 88 keine gute Zahl ist, ist ja ein Code eher, aber offenbar haben die das hier so ausgerechnet. Und das hat eben vergangene Woche der IWF mitgeteilt, dass die weltweite Staatsverschuldung in diesem Jahr auf 97,8 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts geschätzt wird. Das sind 0,8 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, stellt aber immer noch einen Rekordwert dar, der auf die massiven, ja ist es so, fiskalischen Reaktionen auf die Covid-Pandemie zurückzuführen ist. Ihr Lieben, lasst euch nicht versklaven. Wir sind schon wieder am Ende dieses Podcastes an dem schönen Montag angekommen. Bleibt im Vertrauen, geht ins Gebet, wenn es euch nicht so gut geht. Und verbindet euch mit euren Helfern. Lasst euch stabilisieren und raus aus der Angst. Das ist das Wichtigste, was wir euch immer, immer, immer wieder mit auf den Weg geben möchten. Wir selber arbeiten auch mit Nachdruck daran, wissen, dass man manchmal hinten überkippt, aber aufstehen, Krone richten, weitergehen. Das ist das Wichtigste, was wir nicht so gut geht.